Offene Räume sind schon seit einigen Jahrzehnten eintritt in Büros. Moderne Start-ups haben sich zu einem Zeichen für Offenheit, Transparenz und gute interne Kommunikation gemacht. Leider funktionieren sie nicht so gut, wie wir dachten. Gallup-Forschungen zeigen, dass Mitarbeiter bei Bedarf privates Schwere, einen persönlichen Arbeitsbereich und ihr eigenes Büro wünschen. Lärm und Unterbrechungen erhöhen den Stress und senken die Leistung. Bei der Arbeit müssen wir mit anderen Menschen interagieren, um neue Ideen zu entwickeln. Aber wir sollten in der Lage sein, die Zeit für konzentrierte Arbeit ohne Unterbrechungen zu wählen und zu koordinieren. Diese Pandemie wird eines Tages enden und die Menschen werden wieder gemeinsam arbeiten. Nutzen Sie diese Zeit der leeren Büros und ihre Räume und Zeitpläne neu zu gestalten. Sie werden Räume brauchen für konzentrierte Tätigkeiten, die Arbeit und freie Interaktionen. Ich bin die Menschen, die mehr Leistung und weniger Burnout.